des Herrn, wie es der heilige Paulus sagte. Oder sie geben an, sie gehörten zu einer toleranten Kirche. Die Kirche kann aber nicht tolerant gegen den Irrtum sein, wie es die Glaubenstexte selbst ja bezeugen. Ich wünschte, sagt der selige John Henry Newman, ich sehe irgendeine Art von Eifer unter uns heute empor sprießen, um das schlaffe, nicht sagende Wohlwollen zu stählen und zu festigen, das wir fälschlich christliche Barmherzigkeit nennen. Weiter sagte er, welches ist heute die Religion der Welt? Sie hat die lichtere Seite des Evangeliums angenommen. Seine Botschaft des Trostes, seine Vorschriften der Liebe. Dagegen sind die ernsteren, tieferen Einblicke in das Menschenlage und Zukunft ziemlich vergessen. Das ist die Religion, die für ein zivilisiertes Zeitalter natürlich ist, wieder das Sagen. Und geschickt hat sie Satan in ein Trugbild der Wahrheit gekleidet und ausgeschmückt. Unsere Worte werden korrekt. Wenn also seine Schrecken verschwinden, dann verschwinden auch im Credo, im Glauben der Kirche der heutigen Zeit, jene Schreckbilder vom göttlichen Zorn, von denen ja die Heilige Schrift übervoll ist. Man erklärt sie einfach weg. Und alles ist hell und heiter. Die Religion ist angenehm und leicht. Wohlwollen, Barmherzigkeit ist die Haupttugend. Frömmigkeit und Eifer werden als die schlimmsten Sünden bezeichnet, als die Pharisäer-Sünden. Sogar Festigkeit im Glauben wird mit unfreundlichen, argwöhnischen Augen betrachtet und als Gesetzeslehre bezeichnet. Neue religiöse Themen in der Religion, neue Systeme und Pläne, neue Lehren und neue Prediger sind dann dafür für so eine Religion notwendig. Für so eine neue Religion der Welt. Der Geist wird dann letztlich krankhaft und empfindlich und wählerisch. Er ist unzufrieden mit den Dingen, wie sie sind und begierig nach der Abwechslung als solcher, als ob Veränderung an sich eine Erleichterung sein müsste. Hier spricht sich eine Lehre aus, die zwar vorgibt, das Evangelium zu sein, aber eine ganze Seite des Evangeliums fallen lässt, nämlich seinen strengen Charakter und es als hinreichend ansieht, nur wohlwollend, höflich, offen, korrekt, im Benehmen und zartfühlend zu sein. Obgleich diese Haltung keine wahre Gottesfurcht einschließt, keinen glühenden Eifer für die Ehre Gottes, keinen tiefen Hass gegenüber der Sünde, dem Übel, keine eifernde Bindung an die wahre Lehre, keine Ernsthaftigkeit, also eine Haltung, die daher weder heiß noch kalt, sondern in der Sprache der Heiligen Schrift lau ist. So ist die heutige Zeit.